ich wünsche euch einen schönen dritten advent wir haben heute das 16 türchen zu öffnen neuen haben wir noch vor uns also inklusive des 16 bis zum 24 gestern beim tag nummer 15 haben wir ja die ironclaw hooks drin gehabt für dropshot so wie es draufsteht dropshot rig ja da sind sie noch mal 1 euro und 57 cent so zusammen mit den glass beats und den bullet sinkers und diesen haken vielleicht ich weiß es jetzt nicht genau kann man irgendwas basteln und das machen auch die tage noch da werde ich mich noch mal drum bemühen ich habe auch schon unter meinen videos mal kommentare gelesen und da kriegen wir schon was zusammen so tag nummer 16 nichtsdestotrotz muss man den heute erst mal aufmachen das ist ziemlich leicht könnte vielleicht was kleines sein und es ist ein spinner ein metallspinner toll 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 von savage gear rotex spinner 4a in 8 gramm wo man noch gar nicht in der kamerei halten so schön leute ich kann es nur mal wieder sagen fisch mehr mit spinnern ich bin echt ein riesengroßer metall fan leider tristet die metallköder abteilung in den angelegen immer ein nischen dasein ja wenn man sieht wie viele gummifische es gibt gibt es leider viel zu wenig metallköder zu unrecht also viele fische würden wahrscheinlich auch gerne mal auf metallköder gehen weil sie die gummifische jeden tag an sich vorbeischwimmen sehen und das ist auch schon eine schöne größe da kann man schön hecht mit fangen schönen barsch einen schönen rapfen der ist einfach für alles gut hier diese größe da kann ich nicht mehr gern der ist echt toll die sind schön einfach von der köder führung die benötigen nicht sehr viel aufmerksamkeit man hat ein sehr schönes laufverhalten und man spürt auch sehr schön wenn der spinner nicht richtig läuft das heißt wenn man irgendwo vielleicht dran hängen geblieben ist und ein bisschen kraut mitschleppt oder so da gibt man kriegt man echt ein gutes feedback von den spinnern also da bin ich ein riesen fan von leute fischt mehr mit spinner ja aber mein fishing box habe ich schon gesehen die tüdeln ja daran dass die leute wahrscheinlich auch mal wieder darauf ein bisschen kommt sonst wären ja nicht jetzt schon zwei spinner mit drin gewesen toll coole sache da freue ich mich so ihr wisst ja wir sehen uns morgen in aller früh zum beginn der woche und ich wünsche euch einen tollen dritten advent abonniert mich auch bei instagram und auch natürlich bei youtube wenn ihr mich noch nicht abonniert habe lasst ein like da schreibt ruhig was in die kommentare vielleicht habt ihr den in einer anderen farbe vielleicht in einem kupfer ich hab jetzt hier ein silberto ach ein silber golden silber naja ihr wisst schon das ist eben noch früh okay wir sehen uns morgen euer lebi macht's gut ciao